einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor im neuen adept versuch mit rebecca in der fleischmaschine so ich mache aus dem totems weg das wird so sehr spät Egal, ich hole die jetzt runter. Oder auch nicht. Nein? Willst du mich verarschen? Ey, Kämper-Schwein! Jetzt! Halt sie runter! Oh, ich hab mal an Bill verraten. Ne, ich hab Bill an sie verraten. So rum. Ah, das ist echt selber? Oh, das ist ein Sackersack. Ganz doofe Idee! Na gut, also das wird hundertprozentig mal nichts. Ich würde ungern gehen. Ich bin verletzt. Ah, hinter mir! Die ist abgelenkt! Ah, Mist! Ich wollte doch so ein paar Leute! Ach, Sarah! Oh, Mannu! Oh, Mannu! Oh! Oh, Mannu! Warum Kate nicht erst mal geheilt hat? Ne, das Feng. Hier, aber ich hänge am Haken. Der ist äußerst nett. Wurde mich mal hier jemanden runterholen? Waren sie beide gejagt? Feng liegt? Könnte sein, dass Kate mich holt. Und da verliegt sie gleich selber. Oh Mist, ich wollte blocken. Oh, der hat ein Männchen verstanden. Ich muss wieder hoch. Oh Gott. So, jetzt suche ich mal einen Keller. Hier hinten ist auch eine Kiste. Ich muss mich auch mal heilen. Wunsch. Oh Gott. Kommst zu... Ohhhh. Kommst zu nix hier. Hier, warte mal. Wir könnten uns heilen, du Horst. Kommst zu nix hier. Doch, kein mehr. Bill! Bill! Einmal oder so. Wir sind an uns vorbei gerannt. Stimmt, die hängen als Asters. Ich bin schon Sven noch. Stimmt, die hängen als Asters. Das ist ein Laut. Das ist ein Laut. Alter Mann. Was ist das? 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 Was ist das?